Wem Nano zu groß ist, kann auf Pico-Aqualistik umsteigen. Das Präfix Pico bedeutet 1.000stel von Nano, aber so weit will keiner gehen. MG Helfenstein kombiniert einen etwa 0,5 Liter großen Glaskörper mit einer Gestell-Lampen-Kombination aus Edelstahl. Durch die Power der 30 LEDs assimiliert das eingesetzte Moos permanent und bildet Sauerstoffbläschen, wie man es sonst nur von Amano-Aquarien kennt. Eine Filterung ist nicht vorgesehen. Der Preis für das edle Teil soll über 29 Euro liegen. MG Helfenstein